rein hier rein in dieses event so was haben wir denn hier karte begegnungen inventar was das für eine art ist nämlich besser mal um okay erinnert mich ein bisschen an harvest moon so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Unternehmen, was Leute hilft, um wieder aufzubauen, aber dann kostet es sehr viel Kohle, sodass die Leute da wieder in Armut vorfallen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ok das ist das auftrag auf grau aufgaben brett die drei aufgaben werden täglich um vier uhr aktualisiert das ist sehr gut kannst du eine von ihnen auswählen durch abschließende aufgaben kannst du dir essens gutscheine mit dem du stigma wieder herstellen kannst sowie klingen klingen der herz fäden verdienen letzteres ist ein wichtiges mittel mit dem schöner ergebnis auf der range aufgezeichnet werden ok so bei der fälle ein gegenstand eingereicht werden soll ach so weiche sechs weizen ein ok einen habe ich schon jetzt muss warten bis die fertig sind wir sind schon fertig das ist mega ätzend dass bei wasd die maus nach oben geht das ist mega ätzend Kochen zu üben, ok, ja komm, bla bla bla, jetzt fangen die hier auch schon an, verstanden. Ja, danke, hier werden die aktuellen Leine, bla bla bla, ok, können wir ernten, hier gibt es alles golden, ok, wirklich wie ein Harvest Moon. Ok, ich glaube wir sind leicht abgestürzt, ja. Okay. Okay. Das sind noch zweimal die gleichen Antworten. Okay. 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 das anpflanzt ich will immer schon immer ein da drin so ja abgeschlossen ist beim täglichen essensgutscheine okay so das heißt die aufgabe habe ich heute abgeschlossen das war jetzt mein daily erledigt lerne wie man etwas anpflanzt bitte schließt zuerst hauptmission heimkehr habe ich doch habe ich nicht wie macht man jetzt daraus in youtube video so ich gehe jetzt zur stadt halte 9 weizen samen okay da ist die stadt damit ja hier gibt es alles hier gibt es zum oktober ist die noch direkt oktober ist deiner nicht die noch eine idee hat was wir wie wir das in einen youtube wieder verpacken können oder in mehreren und der titel ist halt wichtig das ja eigentlich alles hier erstmal komplett tutorial so können wir es vielleicht auch nennen keine ahnung die erste halbe stunde tutorial event und kein impact 7.0 oder so ja genau irgendwie sowas so tutorial in unserer eigenen range irgendwie so okay hier können wir tiere kaufen ich weiß noch genau in habe ist nun leute da haben wir kür gekauft und dann hat man die irgendwie auch besamt und zack haben die kinder gelegt das waren noch zeiten aber die die ganz alten habe ist nun nicht die die neuen da das erste haus nun das war richtig das war richtig nice so weizensamen und reizsamen ja wie viel brauchen wir denn davon ok ok keine ahnung so 20 und dann machen wir hier von maximal irgendwie so so dann unsere arbeit gibt da der felsich park sehr gut die leuchten der kurs in der ist der der politik und nicht zu diesem ort zu teleportieren das ist nice ok also ok man scheint schon eine sense was soll ja damit haben wir ja auch gedingst wir müssen schon ein bisschen mehr machen hier ne wir können tatsächlich so quests oder so die länger dauern da könnte man hat sich auch eigene folgen von machen also keine ahnung hier mach links auf wohlstand auf level 2 wenn das ein bisschen länger dauert dann machen wir daraus einfach eine eigene eigene folge so hier war noch so viel übrig da geht es direkt ins eingemachte leute da gibt es nichts ok man kann das auch halten wahrscheinlich gibt es nachher dann wie bei harvest boom halt auch man halt mehrere felder gleichzeitig begießen wenn man hält und auflädt geht es Das war's für heute. Das wird bald überall kommen. Wenn die verbessert sind und so, kannst du die aufhalten. Dann kannst du die hier so hinstellen und dann kannst du wahrscheinlich alles drumherum irgendwie auf ernten. Und dann kannst du die hier so hinstellen und dann kannst du die hier so hinstellen. Das ist erfolgreich abgeschlossen. Das kann man natürlich machen. So. Wir können sagen, okay, Wohlstand Level 1 von der Range im Event Hongrae Impact Patch 7.0. Das kann man tatsächlich machen.